Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Broken Age. Es ist inzwischen schon eine ganze Weile her, dass ich das gezockt habe. Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, erzählt, dass ich mit Mass Effect angefangen habe. Die Mass Effect Trilogie hat mich seither so begeistert, dass ich die gleich mehrfach durchgezockt habe inzwischen und dadurch kam das Ganze hier so ein bisschen das Hintertreffen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich muss es jetzt doch endlich mal durchziehen. Nachdem ich jetzt, glaube ich, wirklich halt Mass Effect komplett, äh, also die Trilogie halt wirklich viermal durchgezockt habe. Oder ich glaube inzwischen noch öfter. Und einzelne Teile noch öfter muss ich jetzt doch mal hier weitermachen. Das kann ja sonst nicht angehen. Ich habe versucht, eine Taule über das Ding zu schrauben, aber sie hat es immer ausgelöst. Schiff wird angegriffen. Young Cup, you must come see me right away. Another distress signal has arrived. Das Design ist halt einfach auch super. nicht mehr. Any luck with the ship's controls? No, aber wir intercepten ein neues Distress Signal, diese Zeit aus Prima Doom. Wie werden wir kontrollieren, um den Schiff zu verabschiedern? Wir müssen versuchen, eine Manuale Überraschung. Die Manuale Überraschung sind hier. Du kannst sie durch den Schiff'erlacken. Hier. Ich habe die Tür abgeschüttet, damit du sie jetzt öffnest, ohne die Übermutter zu verabschiedern. Wie werden wir die Schiff'erlacken? Ich habe ein Plan. Die Schiff'erlacken brauchen so viel Kraft. Die Schiff'erlacken brauchen so viel Kraft. Dieses Fusionorb. Nehmt diesen Omicron-Inhibitor und legt ihn über das Fusionorb. Und wenn die Zeit richtig ist, werden wir ihn auf und den Fusionorb verlassen. Along mit den Schiff'erlacken. Got it! Hm, ob das alles so richtig ist, was der Merrick uns da sagt? Der Distress-Kall war von Prima Doom? Wie kommen wir da hin? Das gleiche wie immer. Geh diese Schiff'erlacken nach dem Spaceweaver und hoffe für die Besten. Okay. Also, wie lange hast du hier leben? Ich bin ein recenter Stowaway. Ich kam, weil ich fühlte, dass du bereit bist. Du bist wirklich ein Wolf? Nein, ich benutze diese Schiff'erlacken, um mit deinen anderen Schiff'erlacken. Du bist total. Du bist ein Wolf? Du bist eine Wolf? Du bist... Du bist unterhalb? Du bist wie... Ich bin was ich. Du bist ein rescuer von物en in Need. Du bist wie du. Du bist wie du. Warum ich muss sein, die Person zu wählen? Du bist deine Mutter, haben einfach die gute Gehalte für die Arbeit. Du bist. Du bist gut. Ich hätte besser wieder zurückgekommen. Ja, unsere Schuhe der Möglichkeiten wird noch immer dauern. Was ist denn hier los? Hallo? Hallo? Na, wirst du wohl? Hm, ich muss kurz abbrechen. Okay, ich hoffe, dass es jetzt besser geht. Okay. Okay. Das bringt uns alles nicht. Warum wird das abbrechen? Oh, honey, du kannst hier nicht rein. Ich arbeite für dich auf eine Überraschung. Was ist das? Sehr gut. Sehr gut. Ich gehe nicht zurück in da, wenn ich mir helfen kann. Warum verbrauche ich Zeit in dieser Küche, wenn ich im Raum sein könnte? Tja, das ist eine gute... Ja, ich habe bisher jetzt wirklich auch nur... äh, Fem Shep, also... ...die weibliche Version von Commander Shepard gespielt. ...gerade wegen Jennifer Hale. Ja. Ja. Ich bin nicht sicher, dass es sicher genug ist, für dich zu verlassen. Ja. 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 Das klang doch nach einer Geschichte, die uns... durchaus bekannt vorkommen dürfte... We need to go here right away. Prima Doom! Negative. The bat system is forbidden due to likelihood of hostile activity. But it's an emergency. Sometimes safety is the most exciting adventure of all. Might I suggest somewhere safer? Like Puppy Planetoid, Cozy Cluster, or maybe somewhere in the Smile System? No way. I have to go to Prima Doom right now. Lives depend on it. I'm sorry, Master, but my programming would allow it. Maybe the Smile System would be better. Goal! Preparing decryption mechanism. Initializing warp and wolf drive. Intake calipers in position. Weave thrusters at viscosity. Spindle at rotational velocity. Deploying map scarf in five. Four. Three. Two. One. Everybody make it in one piece. Great. Yes, my love. Computer, were you aware that the universe was at war? And that helpless creatures are being terrorized by ruthless tyrants? Ooh, that sounds like a fun new game. I'll talk to the Yarn Pals and get that set up for the next round of missions. Would you like that? Never mind. Computer, what's the point of all this? Son, you know how important Operation Dandelion is. Our home, LaRuna, was dying. So we set sail in the Bassanostra to travel the universe and find you a new home. Why haven't we found a new home yet? Why haven't we found a new home yet? Well, the universe is a big place and it has to be perfect for my baby. The universe. Yeah, as long as it's only the milk street is. Um... Is there anybody else on this ship? It's just you, me and your father, of course. Oh, are you feeling lonely? I could meet you some new friends. So, you've never seen a strange wolf around? Son, I can't keep track of all your Yarn Pals. Oh, are you saying you'd like a little wolf friend? Well, I've never knit a wolf before, but it should be no problem. Hmm... So what does Dad do during the day? Oh, your father has a lot of work to do outside, you know? Fixing the hulls, scraping off space parasites, keeping a lookout for new planets to live on. Computer, we need to get to Prima Doom immediately. Absolutely not. They call it Prima Doom for a reason. Why not have some fun in the Smile System instead? Well, I gotta get back to taking over the ship. Oh sweetie, you're so funny. omg... Oh no, I'm a good one. In any case, the Hail is brilliant and Hawkeye is a great character in this role. Wow, that's awesome. Oh my God... Ah, that's awesome. Ah, that's the way... Hey, Leute. Ich denke, Sie wollen die Avalanche-Mission-Protocol. Hey, wir müssen uns frei sein. Ja, sorry, ich möchte nur meine Avalanche-Rescue-Skills. Oh, denn diese Situation kommt oft auf in Spanien. Komm schon, Nesbeth, ich kann die Zeit nutzen. Okay, Position 1, alle. Ihr nicht werden das glauben, aber... Da war eine andere Avalanche-Avalanche-Avalanche? Yay! Weird. Help! Someone! Ich setze mich wieder weg dafür. Ich denke, es ist so lecker. Und es wundert mich immer noch, dass er so rank und schlank ist, wo er so viel in sich reinschaufelt. Okay. Okay. Warning. Objects placed into this trash chute will be jettisoned from the ship, and the next time it happens to one of your toys, Shay, your father is not going to retrieve it for you. Hm. You crawl into something once, when you're two years old, and lock it forever. Nah, Gary doesn't like to grab trash. Ich wollte ihn ja eigentlich rauskatapultieren. Teleporter, activate. May I teleport you to the Nexus? What? What? Woah. There ain't no time. Hey, my, my head. What's wrong? My head is smaller. Oh, yeah, you just used a teleporter. Why did my head shrink? Quantum physics. Duh. Ah, don't worry, I'll go back to normal when you take the trip back through me. Big Baby. Teleporter, activate. This way to the Fusion Orb Containment Facility. No malfunction, no malfunction, no malfunction. Okay, now my head is just getting ridiculous. Oh boy, you went through two teleporters with our return trip, didn't you? You're playing with fire, kid. Fusion Orb. Stimmt eine Perylliumkugel. Caution, entering an area of strong Omicron radiation levels. Full radiation shielding necessary to proceed. Lay it on me. Thank you. Goodbye. Hey, where's my helmet? That's just great. I'm not getting any closer to that Fusion Orb without my radiation helmet. Boiling my brain is not the kind of danger I'm looking for. This is Merrick's defibrillator. Inhibitor. Right. And I need to put it on the confusion ball. Fusion Orb. Wait. Are you doing this on purpose? Ist dein Kopf jetzt wieder normal? Caution, entering an area of strong Omicron radiation levels. Full radiation shielding necessary to proceed. I think this machine is just never going to give me a helmet. What a rip on. Hmm. What is this? What is this? Okay. Teleporter. Activate. Okay. Oh, okay. Oh, this is the best part of my day. See you. Weeeeee! Hahaha! Goodbye. Here we go! All there? Great. Teleporter, activate. Yes, sir. To the Hall of Heroes? You mean the Junk Room? Yeah. There is no time. Welcome to the Hall of Heroes. Please. As soon as we get full control of this ship, I'm going to burn this stuff. As soon as we get full control of this ship, I'm going to burn this stuff. That should be for acting. Acting like I cared about the stupid missions on this ship. Hey, the helmet comes off. Ah, my first hazard suit. Kept out Omicron radiation, and kept in diaper leaks. How did I manage to win second place that time? I gave up making art years ago. If no one's around to see it, who cares? I never want to see another train as long as I live. I think that's the ratty old washcloth I used to drag around the spaceship. I really hope she washed that thing. I wonder what's in those creepy jars. My old teeth? Hair? I made a hexi-pal out of a paper plate. Probably thought they were alive then. She bronzed my first space shoes. Or, was that the remains of my old bomb squad bot? I wish she'd get rid of these. My papier-mâché is so much better than that now. Hmm. Judging by the wolf hair, this must be where Merrick sleeps. Okay, interesting. Das Schiff eröffnet uns so langsam die Geheimnisse. Teleporter! Activate! May I teleport you to the Nexus? Not responsible for lost items, motion sickness or mutations. There you are! Teleporter! Activate! This way! Here we go! Here we go! Come again! My head is almost small enough to fit in this helmet now. Oh, this is the best part of my day! Bye! Teleporter! Activate! To the Starboard! Ja, is that cool, I'm going to jump right now. Not responsible for lost items, motion sickness or mutations. Yeah, spiel du da, but it's too much. Hey, my head is back to normal size. That's because you followed the rules and went back through the proper Teleporter. No way so December! Come again! Teleporter! Activate! No way! No way! No way! No way! No way! No way! Oh, this is the best part of my day. Thanks for traveling with us. Teleporter, activate. Not responsible for lost items, motion, sickness or mutations. Welcome to the Hall of Heroes. Here we go! Come again. Teleporter, activate. Not responsible for lost items, motion, sickness or mutations. Thanks for traveling with us. My head is almost small enough to fit in this helmet now. Here we go! Remember to come back through the way you can. Teleporter, activate. Yes, sir. To the Hall of Heroes. Here we go! Welcome to the Hall of Heroes. Please. This is the best part of my day. See you. Wee! Wee! Ha ha ha! Thanks for traveling with us. Wee! 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 Mein Kopf ist fast klein genug, um in diese Helmung zu befinden. Nein, 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 nein. Äh... Was davon war jetzt der Teleporter, das? Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Oh... Uh, Teleport? Du hast mich bereits überrascht, aber du hast mich nicht überrascht. Also? Also, dein Kopf ist immer verbrannt. Du kannst nicht überrascht, oder es wird schlimmer werden. Du musst mich überrascht überrascht, damit deine Hand zurückgeht nach normaler Größe. Du hast so viele Regeln an diesem Schiff. Deine Kopf ist wichtiger, als du denkst, Shay. Okay... Tja... Das war dann... ...das mit... ...der Idee... ...überall... ...das ist fast wie bei Dedalic, die ähm... ...ähm... 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 ...haves neue Augen, die... ...die Zensur genommen... ...ähm... ...zuleh auf alert. Ich denke, da könnte Angst sein. Immer, Herr... ... jetzt bin nicht aus Versehen ins Menü gekommen... Teleporter, aktiviert. This way, to the future. Hang on! I think that's all my head can take. You need to make a return trip through me right away, Shane. In a minute. A little snug, but I think it will work. I'm not sure how long I can stand the spoiled milk smell. Paution, entering an area of strong Omicron radiation levels. Okay. Easy does it. There. Fusion all. Inhibited. Not quite. We won't activate the Omicron inhibitor until we're ready to take the shields down. And when will we be ready? Just as soon as you get control of those Boom Arms and navigate this ship to Prima Doom. Check. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal diesen Kern ausgeschaltet. Hey, my head is the perfect size for this helmet now. Teleporter, activate. May I teleport you to the Nexus? Yep. Here we go! Au, 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 au! Au! Hair normalization expedited. You're welcome. I hate quantum physics. Oh, no. It turns out that whole head-tricking thing was just baltic watering. One more trip than that head would walk right off. Ha, ha, ha. So again, you're welcome. Ja, das mit dem Kopf ist tatsächlich sehr merkwürdig. Teleporter, activate. Ja. Oh, this is the best part of my day. Das mit dem Kopf ist tatsächlich sehr merkwürdig. Okay. Okay. Take care. Okay. 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 Tja, so wirklich viel passiert ist in der Folge ja doch nicht Und ich glaube, wir können es jetzt erstmal dabei belassen Ja, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß damit Mit diesem ganzen Teleportationswahnsinn Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal